BNI ist das weltweit größte strategische Netzwerk und steht für Business Network International. Und es ist ein Zusammenkunft von Unternehmern, von Selbstständigen, die sich jede Woche treffen und die dort eben strategisches Netzwerken eben ausüben und die sich dort kennenlernen, die dort miteinander Geschäfte abschließen wollen und auch Empfehlungen anderen aussprechen wollen. BNI ist halt sehr gut organisiert. Das heißt, es fängt morgens früh an. Für viele mag das komisch klingen, aber wir treffen uns um 7 Uhr morgens zum Frühstücken, jede Woche. Das geht auch weltweit so. Da sind wir also in Bocholt nicht alleine hier, sondern in Deutschland und überall auf der Welt. Mittlerweile über fast 70 Ländern weltweit ist BNI vertreten und so ist es auch in Bocholt. Man lernt sich eben kennen und das ist eben auch der Grund, warum man sich wöchentlich trifft. Also viele sagen, das ist also schon eine Verpflichtung, jede Woche sich zu treffen. Aber das ist gerade auch unser Prinzip, dass wir nur wirklich jemanden empfehlen können und auch mit gutem Gewissen nur empfehlen können, wenn wir ihn kennen. Denn nur dann weiß ich auch, wie der gegenüber mir tickt, wie ich ihn einzuschätzen habe. Und das ist genau der Grund, warum die Anwesenheit auch gefragt ist oder eben ein Vertreter dann kommen soll, damit dann eben immer jemand für einen da ist, der einen eben entsprechend präsentieren kann, sein Unternehmen, sein entsprechendes Gewerk. Es werden auch Fremde empfohlen, natürlich. Es ist also nicht nur intern bei BNI so die Empfehlung, sondern gerade auch, dass man versucht, von seinem bisher schon vorhandenen Netzwerk andere Gewerke eben entsprechend zu empfehlen, die man so kennt. Aber es ist natürlich darüber hinaus, die Leute, die in einem Team drin sind, die also, es herrscht auch Exklusivität. Das heißt, wir haben einen Maler, wir haben einen Dachdecker, wir haben bestimmte Gewerke, die besetzt sind. Und da versuchen wir natürlich, unsere Leute dort zu empfehlen, die wir kennen und die wir ruhigen Gewissens empfehlen können. Das BNI-Team Euregio, so nennen wir uns hier in Bocholt, ist das Größte in ganz Deutschland. Also wir haben hier einen fulminenten Staat hingelegt, der also wirklich mit über 50 Leuten schon gestartet ist und jetzt schon bei 65 Mitgliedern ist. Bocholt ist eh eine sehr junge, dynamische Stadt, wo viele Unternehmer eh schon sind, gerade im Mittelstand. Und das ist auch der Grund, warum es so gut funktioniert hat, dass also einige, die die Gründungen im benachbarten Horken miterlebt haben, dann gesagt haben, das wäre auch was für Bocholt und dann sich auch hier engagiert haben und dann zu einigen kleinen Treffen im Vorfeld geladen haben, wo einige dann der Bekannten dort waren, die man so aus dem eigenen Netzwerk hat. Und dadurch sind wir ganz schnell gewachsen. Das war also auch mit sicherlich der Grund, warum wir so schnell und so erfolgreich gewachsen sind hier in Bocholt. Könnt ihr noch ein bisschen zusammen? Könnt ihr noch? Untertitelung des ZDF für funk, 2017